Ich glaube nicht, dass mich das wirklich interessiert. Dass ich dich und deinen beschissenen Mann nicht sofort kalt gemacht habe, direkt als ich hier kam. Tja, die Gelegenheit kommt wohl nicht wieder. Ja, ich hatte das Arschloch so kurz vorm Krepieren. Hattest du erzählt, wie er sich im Heizungskeller fast in die Hose geschissen hat? Du musst nicht mehr in die Party.